Ein Falschparker direkt vor eurer Einfahrt? Jemand hat euer Auto zugeparkt? Sowas müsst ihr euch nicht gefallen lassen. Aber dürft ihr den Falschparker abschleppen lassen? Das verrate ich euch in diesem Video. Könnt ihr den Abschleppdienst rufen, wenn ihr im öffentlichen Verkehrsraum zugeparkt wurdet? Wie sieht das auf einem Privatgrundstück aus? Und wer muss eigentlich zahlen, wenn ihr einen Falschparker abschleppen lasst? Dürft ihr einen Falschparker im öffentlichen Verkehrsraum abschleppen lassen? Ganz klare Antwort, nein. Selbst wenn ihr direkt durch den Falschparker beeinträchtigt werdet, weil er zum Beispiel eure Einfahrt zuparkt, solange er auf öffentlichem Grund steht, dürft ihr nicht selber den Abschleppdienst rufen. Das heißt aber nicht, dass ihr euch das Zuparken gefallen lassen müsst. In so einem Fall könnt ihr nämlich die Polizei rufen. Die kann dann versuchen, den Fahrzeughalter zu kontaktieren und ihn zum sofortigen Umparken auffordern. Hat das keinen Erfolg, schickt sie ein paar Beamte vorbei, die sich die Sache ansehen. Der Falschparker kann dann meist mit einem Knöllchen rechnen. Ob er aber auch abgeschleppt wird, entscheidet die Polizei im Einzelfall. Stellt er tatsächlich eine Behinderung für andere dar, wird in der Regel sofort der Abschleppdienst gerufen. Ihr müsst dann einfach nur noch abwarten, bis dieser seine Arbeit erledigt hat. Und schon ist euer Auto oder eure Einfahrt wieder frei. Generell sind die Polizeibeamten jedoch verpflichtet, die Kosten für den Einsatz so gering wie möglich zu halten. Steht der Falschparker zum Beispiel sehr ungünstig, ihr kehmt mit etwas Mühe aber trotzdem noch an ihm vorbei, werden sie eher nicht den Abschleppdienst rufen. Dürft ihr einen Falschparker von Privatgrund abschleppen lassen? Stellt ein Falschparker sein Fahrzeug auf privatem Grund ab, ist die Polizei nicht zuständig. In diesem Fall dürft ihr tatsächlich selbst den Abschleppdienst rufen. Aber Achtung! Das solltet ihr besser nur dann tun, wenn es unbedingt notwendig ist. Sonst könnt ihr später unter Umständen juristische Probleme bekommen. Versucht daher zunächst am besten den Fahrzeughalter ausfindig zu machen. Dazu könnt ihr zum Beispiel bei euren Nachbarn fragen, ob sie wissen, wem das fremde Auto gehört. Selbst wenn das keinen Erfolg hat, so habt ihr doch später wenigstens Zeugen, falls es zu einem Rechtsstreit kommt. Die können dann bestätigen, dass ihr erst nach dem Autobesitzer gesucht habt, ehe ihr den Abschleppdienst gerufen habt. Es ist auch empfehlenswert, das fremde Fahrzeug zu fotografieren. So könnt ihr nachweisen, dass es tatsächlich eine Behinderung darstellte und das Abschleppen gerechtfertigt war. Diesen Aufwand könnt ihr euch sparen, wenn ihr ein solches Schild auf eurem Grundstück stehen habt. Solange dieses gut sichtbar angebracht ist und die potenziellen Falschparker vor den Konsequenzen warnt, seid ihr üblicherweise auf der sicheren Seite. Dann könnt ihr den Falschparker auch sofort abschleppen lassen. Ohne ein solches Schild solltet ihr jedoch besser die Notwendigkeit des Einsatzes nachweisen. Andernfalls könnte es später zu Rechtsstreitigkeiten um die Kosten kommen. Und dies bringt mich zu meinem letzten Punkt. Wer muss den Abschleppdienst zahlen? Wollt ihr einen Falschparker abschleppen lassen, solltet ihr den Abschleppdienst unbedingt erst nach dessen Zahlungspolitik fragen. Hier gibt es nämlich in der Regel zwei Möglichkeiten. Erstens, die Rechnung geht direkt an den fremden Fahrzeughalter. Dieser kriegt sein Auto dann erst wieder zurück, wenn er die Abschleppkosten bezahlt hat. Oder die zweite Möglichkeit, die Rechnung geht an euch, denn ihr seid der Auftraggeber. Ihr müsst dann das Geld für den Abschleppdienst vorstrecken und es euch anschließend selbst vom Falschparker zurückholen. Stellt dieser sich stur, kann dafür sogar eine Klage notwendig sein. Diese zweite Möglichkeit kann eure Nerven ganz schön strapazieren und ist meist nicht sehr attraktiv. Fühlt ihr euch dabei nicht wohl, solltet ihr deshalb lieber einen Abschleppdienst suchen, der die erste Möglichkeit anbietet. In beiden Fällen ist es wichtig, dass das Abschleppen wirklich nötig war, denn sonst kann sich der Falschparker weigern, die Kosten zu übernehmen. Im schlimmsten Fall heißt das für euch, dass ihr entweder auf der Rechnung sitzen bleibt oder der Falschparker die Abschleppkosten von euch einklagen kann. Darum noch einmal, dokumentiert so gut es geht, dass das Abschleppen erforderlich war, um notfalls vor Gericht eine gute Ausgangsposition zu haben. Habt ihr schon mal einen Falschparker abschleppen lassen? Dann erzählt uns davon in den Kommentaren. Und wie immer, lasst uns ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Video von Bußgeldkatalog.org.